Hallo und herzlich willkommen zurück zu Enraal. Wir haben ja das letzte Mal hier aufgehört, nachdem ich diesen Kettenring betätigt habe. Und dann fiel mir aber nach der Aufnahme noch was ein. Wir könnten ja mal wieder in die andere Welt vorbeischauen. Das tun wir jetzt auch mal. So, da sind wir auch schon. Okay, mal gucken. Muss ich mir vielleicht mal angewöhnen, mal öfters hier vorbeizuschauen. Was hatten wir jetzt eigentlich? Hatten wir schon Stufe 2? Ich habe keine Ahnung. 3,7% erhöht die Chance auf kritische Drüber 60%. Okay, Stufe 3. Das haben wir jetzt, okay. Passende Rüstung, die haben wir schon. Salbenkunde, starke Sehne. Haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Was haben wir hier? Talentfeuerpfeil. Genau, Adlerauge. Oh, Verzeihung. Äh, bitte was? Ach stimmt, hier geht ja wieder keine Ego. Guck mal hier, was ist das hier? Was, wenn ihr während des Ziels blocken, blockt, könnt ihr... Ah, heranzukommen hier. Talentfeuerpfeil. Was man kriegt, soll man nicht lassen. Konzentration. Wir brauchen 20% mehr Schaden, solange eure Ausdauer über 50% beträgt. Das können wir doch mal gut mitnehmen. Okay, jetzt habe ich glaube ich keine Punkte mehr. Diebeslehrling. Ja, ich habe keine Punkte mehr. Okay. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. So, okay. Mal kurz hochheilen. Okay, wir sind jetzt mittlerweile schon bei 90%. Das ist nicht gut. Theoretisch sollten wir vielleicht... Hm. Vielleicht doch mal in Erwägung ziehen, nochmal zu... Nach Ork zurück zu gehen. Festung Nebelwacht. Um mir da ein bisschen Ambrosia zu besorgen. Oder mich mal heilen zu lassen. Beziehungsweise. Oh man, oh man, oh man, oh man. Okay, das bringt jetzt nicht wirklich viel. Also ich habe es schon versucht. Die sind wirklich heftig. Das ist ja auch schon eine Quest mit drei Sternen. Das soll jetzt keine Ausrede sein, aber... Wo, 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 steh auf, Mädel. Also die gehen ja noch, aber... Was ist das Silberschwert? Äh... Bin ich gerade blind? Naja, egal. Okay, ich muss doch mal wechseln. Weil das Schwert bringt gerade gar nichts. Aber ich habe das doch mit draufgelegt. Hm. Okay. Ups. Oh, das zieht schon um nicht mehr ab. Aber dafür sind wir auch gleich tot. Ha. 24 Robetes... Ah, Apothekarius. Okay. Äh... Ich glaube, das möchte mir jetzt nicht gefallen. Moment. Oh je. Lebensflustrank. Ich könnte natürlich was probieren. Mark I. Ähm... Ist das denn der eigentlich noch nicht drauf? Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Können wir uns ja gleich mal austesten. Oh. Oder? Ah, shit. Inventar hinzugefügt. Okay. entfernt scheiße das hat das auch noch abklingzeit aber richtig wirkungsvoll sind die auch nicht ach mist also die skelette haben es echt in sich deswegen gehe ich jetzt lieber zurück als wie vorwärts kommt hier noch einer oh mein gott oh mein gott oh mein gott also ich meine ich bin sonst keine muschi aber in dem fall ja ich weiß was sie drauf haben aber ich riskiere es oh war doch weg ok ja gut ok mit hängen und würgen mehr vor als zurück kurzen sicherheitssafe ein bisschen schleichen ok ich wurde entdeckt wo denn das ist das ist das ist das ist das ist ich oder der ich komm ich jetzt schon wieder so ein Okay. Nein. Feinfields. Äh, des Fechters. Puh. Moment, wir haben ja noch einen Stab der Heilung. Achso, damit kann ich ja nur andere heilen. Hm. Schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Ein Bolt hat das jetzt nicht gerade so. Wir haben eh keine Mana mehr. Ich könnte jetzt auch mal schnell den hier. Achso, wenn wir... Hahaha. Ja, ja, ja. Ich vergaß. Muss ich doch mal ins Inventar gucken. Ich glaube, im Kampf lädt man sich nicht auf, so. Was? Auch noch. Schon wieder du. Okay. Das ist jetzt nur noch der Apothekari. Okay. Oder ist der jetzt weg? Das wäre natürlich schon... ...sehr hilfreich. Wie? Ja. Sieht so aus. Oder auch nicht. Bäh. Mach ja nicht dein Geblitze, du Sau. So. Okay. Das ging ja einigermaßen. Puh. Alter Vater. So. Machen wir nochmal einen Sicherheitssafe. Cool. Der Brezel. Immer gut. Äh. Einfach mal alles mit. Ich könnte echt mal Ambrosia gebrauchen. Häh. Äh. Es hat auch immer noch der Glocker. Äh. Es hat schon über die Glocker. Äh. 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 Ich muss mal genauer umgucken hier drausen, das hat mal was übersehen. Ich glaube die Waffen können wir jetzt mal wegstecken. Jetzt wird es schon heller und etwas freundlicher. Hallo Sonne. Kommen wir da rüber irgendwie? Ne. Ist alles zugewachsen. Kommen wir da hoch? Ah ok. Nochmal hier lang. Also die Musik ist ja schon heftig, muss ich mal feststellen. Geselle, na das überschreitet meine Fähigkeit, na klasse. Da war da bestimmt was gutes drin. Oder ist bestimmt noch was gutes drin. Okay, das scheint es hier draußen zu sein erstmal. Schleicht hier noch eh noch rum? Egal. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Okay, hier drin ist schon mal dunkel. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es unbedingt einfacher wird. Also das Talent finde ich schon mal mega. Also das Talent finde ich schon mal mega. Oh, das war nicht gut. Ah, 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 ah. Ich stehe nochmal auf. So, dass der mich noch sieht. Glaub, er hat mich schon gesehen. ja hilfe kommt er jetzt mit raus versteckt so sicherheitssafe und noch mal rein verzeihung dass es so dunkel ist aber das muss jetzt so sein also wenn es hier noch eine stelle mit akarm fieber gibt dann bin ich echt geliefert also wie gesagt das talent finde ich echt klasse dass ihr auch ein bisschen was davon habt wenn ich schon im dunkeln rumbringen ähm ja ok ok anscheinend müssen wir dann in der nächsten folge hier lang ja ich werde es wieder tun ein bisschen hasenfüßig aber trotzdem wenn es euch gefallen hat däumchen kommentare ansonsten wenn ihr wollt sehen wir zu der nächsten folge bis dahin ciao ciao